Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie wir bei der DM-App Coupons einlösen können und wie wir die DM-App an der Kasse scannen können, um so dann bei unserem Einkauf tatsächlich zu sparen. Dafür öffnen wir natürlich als allererstes einmal die DM-App und klicken dann unten in dieser Leiste auf den zweiten Punkt von rechts. Und zwar haben wir da die Coupons. Und wenn wir da einmal draufklicken, dann sehen wir alle Coupons, die es in der App gerade gibt. Und zwar sind das in meinem Fall, gerade wo ich dieses Video aufnehme, 19 Stück. Und hier sehen wir dann auch schon die ganzen Coupons aufgelistet. Und bei manchen Coupons sparen wir dann eben 20% auf bestimmte Artikel. Bei anderen Coupons sind es dann sogar 30%. Hier bei diesen Rasierern beispielsweise dann sogar 50%. Also ihr merkt schon, man kann mit diesen Coupons auf jeden Fall einige sparen. Es gibt dann auch noch die Arten, beziehungsweise die Sorte von Coupons, wo wir dann eben zum Beispiel zwei Artikel kaufen müssen und dann einen Artikel kostenlos dazu bekommen. Und wenn wir die Coupons dann aktivieren möchten, dann müssen wir einfach nur auf dieses Plus klicken. Ihr seht es, wenn wir da einmal draufklicken, dann verschwinden diese Coupons sozusagen schon. Und dann haben wir die aktiviert. Wie wir die dann gleich nochmal wiederfinden können, zeige ich euch in einem kleinen Augenblick. Und zwar ist der Vorteil bei der DM-App, dass wir einfach alle möglichen Coupons ganz einfach aktivieren können. Es gibt also in diesem Sinne kein Limit. Das einzig Umständliche in diesem Sinne ist aber, dass wir eben wie gesagt alle Coupons vorher einmal aktivieren müssen, damit wir die dann bei unserem Einkauf auch tatsächlich einlösen können, um so dann eben zu sparen. Wie wir diese aktivierten Coupons jetzt wiederfinden, ist im Prinzip ganz einfach. Und zwar haben wir ganz oben zwei verschiedene Optionen. Einmal nicht aktiviert. Da sind in meinem Fall jetzt hier noch die restlichen drei Coupons. Und dann haben wir rechts daneben den Punkt aktiviert. Und da finden wir dann eben alle Coupons, die ich jetzt im Vorhinein schon aktiviert habe. Außerdem sehen wir dann bei den jeweiligen Coupons auch nochmal, bis wann die gültig sind. Und wenn wir dann jetzt bei DM einkaufen und tatsächlich bei den jeweiligen Artikeln sparen möchten, dann müssen wir unsere App an der Kasse einmal scannen. Und dafür benötigen wir einen QR-Code. Und diesen QR-Code finden wir auch unten rechts in der Ecke über dieses kleine blaue QR-Code-Symbol. Wenn wir da nämlich einmal draufklicken, dann wird hier schon unsere persönliche Kundenkarte geladen. Und diesen QR-Code können wir dann an der Kasse ganz einfach scannen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr hier auch automatisch noch auswählen, dass ihr eben auf einen ausgedruckten Kassenbon verzichten wollt. Wenn ihr das aktiviert, dann verändert sich der QR-Code auch nochmal so ein bisschen. Und wie gesagt, wenn wir diesen QR-Code dann an der Kasse einmal vorhalten, sodass er dann gescannt wird, dann werden eben alle zuvor aktivierten Coupons eingelöst, sodass wir dann bei den jeweiligen Artikeln sparen. So einfach können wir also bei der DM-App Coupons einlösen. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!